Hallo liebe Leute und herzlich willkommen mit einer weiteren Episode des actiongeladenen Far Cry 6. Heute zeige ich euch etwas sehr interessantes. Ich zeige euch das gerade mal in meinem Notizbuch. Heute werden wir einen Kontrollpunkt ganz schnell erobern. Ich zeige euch wie er das machen kann. Den Valede Tabacco nämlich. Gut Leute, ich zeige euch ein paar Skills. Das machen wir ganz rasch. Zwei Minuten, drei Minuten. Ah, die haben da einen Panzer, shit. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht ganz so rasch, wie ich gesagt habe. Komm zurück, Chorizo. Chorizo ist auch am Start, Leute. Gut Scharfschütze, alles klar. Alarm, Ultia, Panzer, scheiße. Ich mag keinen Panzer, Leute. Ich habe keine Ausrüstung für den Panzer jetzt. Aber egal. Da ist nur einer am Feld. Aber der gehört nicht hierher. Okay. Erstmal hier ins Gebüsch gehen. Hier. Ja, genau. So, ins Gebüsch gehen. Locker ins Gebüsch. So. Hier oben ist der Scharfschütze. Passt auf, hier habt ihr... Hier habt ihr irgendwo ein Draht. Dass ihr nicht... Ja, genau. Hier habt ihr ein Draht. Müsst ihr aufpassen, sonst fliegt ihr in die Luft. Hier ist noch einer. Und hier könnt ihr ihn ganz, ganz locker abstellen. Genau. Zack. Abgestellt. Da ist noch ein Soldat. Gut. Ich hab dich in Visier, mein Freund. So. Mal sehen, wo die Scharfschütze ist. Shit. Was war das denn jetzt? Und... Tut noch. Ganz schnell weg. Weg, weg, weg. Gut. Alles klar. Ist der Panzer noch da? Ja, der Panzer ist noch da. Gut. Aber keiner sitzt drin, wie es aussieht. Alles klar. Weiter geht's. Das war jetzt nicht so professionell, aber okay. Wir machen den Draht hier auch locker. Gut. Okay. So weit, so gut. Alarm abschalten. Mal gucken, ob irgendjemand guckt. Nee. Alles klar. Schnell abschalten. Genau. Den kennen wir schon mal. Good night. Zack. Fertig. Und hier diesen. Gut. Bam. Good night. Dann haben wir noch diesen hier. Waffe weg. Waffe weg, Waffe weg. Schnell weg. Gut. Gut kommen wir. So. Ach, weg. BAM! Shit! Ach du kakke! BAM! Jetzt dabei! Gut! Jetzt zähme ich was dir nicht mehr. Braucht ihr was? Verzählt euch bloß, ja? Gut, mal das Bild hier zu Arsch richten. Hier hast du es in die Nase. BAM! Genau! Nachladen! Und fertig Leute! Geht ganz schnell! Ganz schnell und jetzt gehört ihr uns. Da kommt ein Helikopter, da bekommt ihr viel XP. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal Leute. Und tschüss!